wahnsinn was es an auswahlmöglichkeiten für armbänder für die apple watch ultra gibt doch was für armbänder sind jetzt wirklich geeignet welche sind sage ich mal schrott 34 euro 99 21 euro 17 euro 9 euro 99 ich bestelle jetzt mal eine ganze menge armbänder für die apple watch ultra und dann schauen wir uns mal an und gucken was ist gut was ist schlecht da könnte man echt zum sammler werden ich habe bestellt und ja eine riesen auswahl schauen wir mal was wir hier haben und zwar als allererstes ich packe mal hier die apple watch weg das alpine armband das ding hat eine hohe robustheit in ist es sehr weich außen hier diese gewölbten gewarbten ja eine art wabe im prinzip und hier als schließe habt ihr ja aus titan so ein haken und da müsst ihr auch gleich aufpassen das zeige ich euch wenn ihr hier das band ab macht kommt ihr ganz schnell wenn ihr hier zieht knallt das hier gegen das gehäuse also da vorsichtig am besten ich mache immer einen finger rum dann geht das wunderbar raus wir haben hier zweimal das alpine armband dieses hier für ungefähr zwölf euro vom chinesen und das original apple das hier habe ich jetzt schon getragen das auch und ihr seht schon den unterschied hier das grauselt sich alles hier hier sind die abstände ganz dünn hier sind die löcher größer und hier im gegensatz dazu das original für 99 euro das macht viel viel höherwertigen eindruck auch die schließe das hier wird könnte ich darauf wetten kein titan sein bei apple habt ihr titan das fühlt sich auch haptisch viel viel besser anbringen ganz einfach alt bewährte system ein klicken einmal rum und da müsst ihr halt wie gesagt aufpassen mit eurem gehäuse ja das tragen fühlt sich wirklich gut an weil es eben leicht ist und trotzdem robust das an und ab machen und jetzt seht ihr es hier ich würde jetzt hier normalerweise hier ziehen und dann knallt der titan haken entweder auf safir glas oder aufs gehäuse darum einmal hier den finger zwischen und dann funktioniert das schon das ist eigentlich so vom tragen her mein lieblings armband aber es lässt sich halt nicht so einfach befestigen und hier ich habe es euch schon gezeigt das fake armband kostet nur um die 12 13 euro wenn ihr einfach mal wie zum beispiel hier wenn ihr hier zum beispiel farben ändern wollt also in orange oder andere farben das passt hier zum beispiel toll zu dem knopf an der seite oder zur krone oder halt in schwarz dann ist das sicherlich machbar aber ihr müsst nur wissen natürlich für 12 13 euro kriegt ihr nicht die qualität wie sie von apple gewohnt seid dann gibt es noch ein original band das ich hier habe von apple das finde ich sie total gut aus nämlich das weiße passt unheimlich gut zum titan look sieht super aus hat aber einen großen nachteil ihr wisst schon was genau weiße farbe wird ganz schnell schmutzig allerdings lässt es sich auch gut wieder rein es ist schon mit der zeit ein bisschen grau geworden hier im licht sieht man das ganz gut es ist ja jetzt auch kein polar weiß serienmäßig gewesen aber dennoch jeder schmutz den sieht man hier dann gibt es die zweite version und die ist sehr bequem zum anbringen nämlich das sogenannte trail loop von apple für 99 euro wie alle armbänder gedacht fürs jogging für den marathon eben für für sportliche aktivitäten es ist eben auch hier elastisch ich habe mir hier die orange variante gekauft weil das auch eben ganz gut passt zur krone und zum linken drücker sehr bequem gutes anfassgefühl und ihr werdet sich glauben das hier ist jetzt nicht das original von apple sondern auch vom dritthersteller allerdings für ungefähr 29 euro aber man sieht hier schon da sind so ein paar stoffmäuse das franz so ein bisschen aus ja die 99 euro kommen nicht von irgendwo her die qualität lässt sich apple halt gut bezahlen und dann last but not least das sogenannte ocean band hier habt ihr im prinzip wie bei einer normalen uhr das anlegen mit einer stift schließe die kommt hier rein das ist relativ flexibel und trägt sich auch ausgesprochen angenehm das kautschuk ist bequem es ist nicht so ja es ist nicht schwer wirklich eine klasse geschichte hier bei dem fake armband habt ihr etwas das ist beim original gibt das habt ihr hier nicht nämlich dieses kleine oder diese kleine lasche die das armand hier drin hält dies beim apple armand ganz genial könnt ihr das auseinander ziehen und dann in verschiedene löcher rein machen das geht hier nicht aber gut wir reden von bei dem band 8 euro 99 also ich denke schon man kann wenn man ein bisschen wechseln will durchaus mal auf die preiswerten varianten aus dem internet zurückgreifen aus china man das geht auf jeden fall das ist aber noch nicht alles ihr müsst nicht unbedingt beim kauf für die apple watch ultra darauf achten dass das auch spezielle armbänder sind für die watch ultra sondern ihr könnt auch die ganz normalen apple watch armbänder für die serie 8 oder auch drunter natürlich nehmen nehmen wir hier zum beispiel mal mesh armband sieht hier am titan gehäuse gar nicht so schlecht aus also mesh armband das muss man mögen das ist etwas spezielles schauen wir mal also so sieht das aus passt doch nichts spezielles für die watch ultra sondern eigentlich für alle apple watches so ein komplettes set hier an sport armbändern kriegt ihr für 8 euro 50 für jeden tag 1 das kautschuk fühlt sich wirklich hochwertig an leicht dehnbar finde ich passt jetzt überhaupt nicht farblich aber ja vom band anstoß her ist es völlig okay das passt also ihr habt wahrscheinlich für die apple watch ultra genau oder nicht wahrscheinlich habt fast die gleiche anzahl an auswahl an bändern wie für die serie 87 5 sehr und so weiter und so fort also eine riesen riesen auswahl hier noch mal das gefällt mir ganz gut für den sommer mal abgesehen davon dass jetzt die band anstöße wäre schöner wenn die auch titanfarben oder zumindest silberfarben sind aber mal abgesehen davon passt das ganz gut jetzt für die hat watch ultra wäre es natürlich noch schöner in orange weil für mich für mein persönliches gefühl das stört mich total dass es hier orange ist und an der krone orange ist und dann gelb aber ja die auswahl ist schier unbegrenzt und wer ein bisschen geld sparen will warum nicht mal ein armband das ein oder andere nicht direkt von apple die armbänder für die apple watch ultra von apple kosten ordentlich geld nämlich jedes egal welches ihr nehmt ob das trail loop ocean oder alpine 99 euro das ist schon eine ansage die halten gut die haben eine tolle qualität aber eine ganze menge geld nur was die qualität angeht und dann letztendlich auch die haltbarkeit das seht ihr hier im vergleich fake und original oder zweithersteller und original was die haltbarkeit angeht na klar da ist apple weit vorn und das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden ihr kriegt ja bis zu zehn armbänder für ein apple watch ultra original armband und wenn man da mal einfach hier oder da noch mal was kauft finde ich völlig okay ihr müsst halt nur wissen lange hält die freude dann nicht zumindest nicht so lange wie mit den original also ich habe eine gute mischung ich kaufe mir mal ein originales armband und dann ja für so eine sommergeschichte fürs schwimmen gehen oder so einfach mal das gefällt mir dann kaufe ich das wenn es schrott ist ja dann kommt es eben in den müll dann gibt es auch eine dritte möglichkeit wer also top qualität sucht bei apple aber nicht fündig wird es gibt nämlich so den einen oder anderen band hersteller der top qualität hat auch recht teuer ist aber eben ein bisschen aus der apple welt entfliehen kann man damit und das sind dann unternehmen wie zum beispiel blustein oder lustrien und weitere die sind oft handgearbeitet und kosten wie gesagt ordentlich geld okay dann sage ich herzlichen dank fürs zuschauen das war mein kurzer einblick in die welt der apple watch armbänder kommt gut durch die woche tech verfahren tschüss danke